Hey, Sie! Ja, genau Sie! Sind Sie auch so dumm umzuleben? Die Lösung ist so einfach. Ahoy, ich bin deine Mutter, sein Sohn und das ist die Gertrud. Ja, und ich bin die Gertrude, ne? Das ist mein weißes Klebs-Fack-Fack-Tape und es ist weg! Haben Sie auch einen Teppich, der ständig rumrutscht? Ja, überhaupt kein Problem. Klebt der Motherfucker schon fest? Oh, ich hab einen Faden lassen. Der stinkt. Du dreckst doch! Er hat wirklich eine Scheiße geschickt! Mit der patentierten Flexgrip-Technology. Es klebt einfach überall, selbst an Schokolade. Wenn Ihr Tisch auch keine Henkel zum Hochheben hat, ist das kein Problem. Schauen Sie mal. Boah, ich hasse das Bild brutal. Haben Ihre Kinder auch wieder in die Küche geschissen und meinen, sie können darüber einfach Bilder malen? Heute gibt's kein Essen! Zwei saftige Riesendildos, so, das häng ich mir an die Wand. Sie sagen Blau, ich sag Frau, Sie sagen Mann, ich sag Grün. Ich bin farbenblind. Jetzt verpiss dich erstmal, Harold. Ich zeig dir, was für Farben ich in der Hand hab. Guck mal hier, ein tolles Grün, ein richtig tolles Grün. Hier nochmal ein schönes, kräftiges Rot. Und des Weiteren hab ich hier noch einen kleinen Hund. Extreme! Haben Sie meinen Hund gesehen? Er hatte zuletzt die Autoschlüssel und ich will zu McDonalds. Rutschen Ihnen auch manchmal Dinge aus der Hand und treffen dann das Kind? Ist doch nur Spaß, aber auf Instagram bleiben keine Fingerabdrücke zurück. Passiert Ihnen das hier öfter? Oh no! Instagram-Fenster-Kit, Bottle-Flip, Kartoffel-Chip. Diese dopen Rhymes und vieles mehr liegen einer extra CD bei. Ah, ja, huah! Instagram-Grip! 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 Mit Instagram-Grip kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsch ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam mein Kartoffelflip esse. Denn dann gehe ich mit deiner dicken, fetten Mutter auf die Instagram-Grip-Messe. Aber warten Sie, es gibt noch mehr. Wir kleben hier 3,50 Mark auf die Motorhaube dieses Opel Corsas. Und dann brettern wir über die Autobahn. Aber ich fahre die Frau, kannst du nicht. Sie können sehen, dass hier nach wie vor kein Geld verurscht ist, obwohl ich mit meinem Opel Easy 20 kmh mehr fahre, als er davor konnte, weil ich hab ein kleineres Ritzel reingemacht. Kommen Sie gerade von Ihrem Chef. No problemo, Instagram-Grip! Und wenn Sie die nächsten 10 Minuten bestellen, bekommen Sie zwei Cut-and-Create-Matten mit dazu. Die Kinder hocken nicht still auf dem Sitz, gar kein Problem. Die Zeiten sind vorbei, in denen Ihnen der Schniedel einfach aus der Hose fällt. Selbst herausspringende Tiddies gehören nur der Vergangenheit an. Denn dann gehe ich mit deiner dicken, fetten Mutter auf die Instagram-Grip-Messe.